Ja vor vielen vielen Jahren saß ein kleiner David mal im Friedrichspark und hat geschaut wie die großen Männer Derby spielen Frankfurt in Mannheim beim Derby. Wie hast du als Junge damals die Derbys erlebt? Ja gut, im Friedrichspark ein Derby zu sehen war natürlich was ganz Besonderes. Da hat der Baum ja schon gebrannt bevor überhaupt der Bus von Frankfurt reingefahren ist Richtung Friedrichspark. Von daher waren das Momente, gerade als kleiner Junge, wo mich fasziniert haben im Eishockey-Sport und das sind wahrscheinlich auch die Spiele warum du dich letztendlich dann ganz dafür entscheidest irgendwann mal den Weg gehen zu wollen Eishockey-Spieler zu werden. Jetzt ist es so du hast gegen Frankfurt sogar schon gespielt in der DL damals noch als junger Mann. War das damals schon als du mit Hannover gegen die gespielt hast eine besondere Mannschaft für dich weil du gewusst hast Frankfurt? Ja es ist definitiv immer verknüpft gewesen im Kopf ich meine wenn du hier den kompletten Nachwuchs durchlebst und die Spiele im Friedrichspark beobachtet hast und als Mannheimer ist natürlich stößt Frankfurt natürlich gewissermaßen auf aber wie gesagt ist mein erstes Derby heute ich bin sehr gespannt was auf mich zukommt. Apropos Derby beim Derby ist es so man muss sich aufladen auf 100 Prozent bringen das geht auch wenn man die Fans im letzten Spiel gesehen hat die schon gesungen haben die das Derby-Feeling schon angeheizt haben aber man muss sich trotzdem irgendwie auf 100 Prozent bringen aber trotzdem irgendwie kühl bleiben wie schwierig ist sowas? Ich glaube dadurch dass wir letztes Spiel sehr viel Geduld gezeigt haben gegen auch einen guten Gegner die gut nach Mannheim gekommen sind nach drei Siegen wird es uns heute einfacher fallen das hat uns glaube ich gestärkt als Team und es natürlich schönen Antrieb zu haben von den von den Rängen aus dennoch müssen wir uns kontrolliert verhalten und im System unser Eisweg spielen und das versuchen heute zu tun. Ganz kurz noch zu Frankfurt ich meine ihr habt Videostudium gemacht ihr habt die natürlich auch während der Saison immer wieder mal geguckt wow die stehen ja doch tatsächlich in der Tabelle so weit oben was macht ihr besonders was was haben die warum sie so weit als Aufsteiger oben sind? Also ich glaube dass Frankfurt erst mal eine gute Mannschaft hat eine gute Mischung der Mannschaft hat und definitiv auch frei aufspielen können ich glaube dass Frankfurt mit nicht den größten Erwartungen in die Saison gegangen ist und das tut einem Sportler natürlich immer gut mit wenig Druck aufs Eis zu gehen und einfach Eisweg zu spielen und ich glaube das nutzen sie ein bisschen aus aber ich glaube zur zweiten Hälfte der Saison wenn es gerade so weitergeht für Frankfurt dann wird schon jeder Frankfurt auch auf der Karte haben und dass sie eben nicht nur der Aufsteiger sind der DEL sondern dass sie auch um den Playoffplatz kämpfen werden. Die Fans interessieren sich immer dafür klar einer wie du weiß was das Derby den Fans bedeutet aber ich sage denen immer einer wie du David Wolf erzählt es in der Kabine jedem um was es da geht ist es so? Ja absolut ich glaube diesmal war gar nicht so viel zu erzählen weil die Jungs das halt eben die letzten Heimspiele schon mitbekommen haben wie fokussiert die Fans schon auf Frankfurt sind allerdings der eine oder andere hat mich dann schon gefragt ob ich das Derby schon mal gespielt habe selbst und wie sich das anfühlt und was genau das für eine Bedeutung hat für die Fans hier in Mannheim und ja da erkläre ich dann schon mal und von daher bin ich gespannt dass sie oder bin mir relativ sicher dass die Jungs heute alle ready sind für das Derby und die freuen sich natürlich auch alle drauf. Wir freuen uns alle drauf viel Spaß dabei. Danke Antti.